Guten Tag zusammen, wir sind's wieder, Alice Bestfriend, ich bin Nathalie und ich bin Kopfschuss, Chris. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Intermezzo des Tages, den kleinen Intermezzo gegen den Eskalationswahnsinn. Unser Beitrag gegen den Krieg. Auf Basis eines Songs von Udo Jürgens, griechischer Wein, den wir natürlich an die Situation, ach wir fangen einfach an. Die Zeit ist dunkel, jedoch wir wissen, wer die Bösen sind. Sie machen weiter mit der Agenda wie ein stures Kind. Wir schauen zu und glauben kaum diesen Skandal. Da 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 da, es ist die Staatsmacht, der wir Menschen völlig schnuppe sind. Da 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 da, sie liefern Waffen, damit wir Deutschen dann wieder schuldig sind. Sie buckeln vor der fernen Macht ohne Moral. Da 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 da. Kriegstreiberei. Kriegstreiberei. Schick doch noch mehr Panzer rüber, komm, packt sie ein. Da freuen sich Soldatenmütter, Kampfjets vielleicht. Ihr seid ja beim Sterben nicht dabei. Nur Heuchelei. Darararara Darararara